Was machen Sie denn da? Was machen Sie da? Ich wohne da. Sind Sie die Frau Friedmann? Ach so, na dann. Dann bin ich Ihre Nachmieterin. Wieso Nachmieterin? Ich bin doch gar nicht ausgezogen. Aber ich bin... Also, Ihre Nichte hat die Wohnung ja gekündigt. Meine Nichte? Ja, ich habe geglaubt, Sie sind... Also... Laura! Entschuldigen Sie, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, das ist voll. Oh! Ja, Mann. Ist das von Euch? Voll toll, gell? Das hat der Hermann ganz alleine gebaut. Also, wenn der das schafft, dann traue ich mich, glaube ich, auch. Ja. Ja. So. Können wir nicht losbinden, weil er verspricht uns nichts zu tun? Nichts, dass er bleibt, hier ist. Bettina, dieser Mann ist gefährlich und du bist doch wirklich noch sehr jung. Ah! Oh Gott! Was passiert eigentlich, wenn wir da einfach zurückklettern? Das ist gut. Ja. Also, der Hände. Grüß dich! Nur mal süß, geht's dir aus? Hm. Vielen Dank.